StadtTV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Dieser Filmbeitrag wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Bad Hersfeld. Ab 2014 Strom aus Wasserkraft. Lolls Freiheit ist nun angesagt. Das Fähige brennt noch manche nach. Noch dürfen wir uns schenken ein. Drum Lolls Gemeinde stimmt mit ein. Feierlich gelohnt wir abzuschwören, Schnaps und Bier. Unsere Sünden, große Klein, werfen wir ins Feuer rein. Denn Alkohol und Nikotin sind in diesem Teufel drin. Er löst zugleich sich auf den Rauch. Wir hoffen, unsere Sünden auch. Attacke! Immer! Zwei! Drei! Lolls! Am guten Alten soll Festmann halten. Lolls Gemeinde Bürgersleute, unsere schönste Lullusfreude, die uns heilig ist und teuer, unser einzig Lullusfeuer, soll mit Wasser und mit Erden ausgelöscht begraben werden. Was der Flammenwart zum Raube, Aschewart bedeckt vom Staube, soll nun 358 Tage ruhen im dunklen Schoß der Erde, die es hüte, die es trage, bis das ein neuer Lollstag werde. Nun schüttet in den Flammenschein des Wassers Todesstrahl und mit Erde decket ein Feuer und verkohltes Holz, während wir zum letzten Mal rufen unser Bruder Lolls. Enner! Zwei! Drei! Ruder Lolls! Enner! Zwei! Drei! Ruder Lolls!